Herzlich willkommen zur Opening Bell und wir werden uns überhaupt nicht aufhalten mit irgendwelchen kleinen Erzählungen, sondern gleich nach Frankfurt zu meinem Kollegen Patrick DeWayne schalten. So, wir hatten den DAX mit einem der stärksten Gewinner aller Zeiten gesehen, nachdem Berlin jetzt tatsächlich die Bazooka ausgepackt hat und gesagt hat, wir werden die Unternehmen mit unbegrenzten Kreditlinien unterstützen, wir werden diese Wirtschaft unterstützen, wir werden Kurzarbeitergeld zahlen, wir werden verhindern, dass es hier zu einem Kollaps kommt. Eigentlich das, was man hätte schon gestern sagen sollen und was für gestern vielleicht auch von der EZB in irgendeiner Art und Weise erwartet worden war, aber der Markt reagierte umgehend auf diese doch besänftigerenden Worte und jetzt wird das gerade wieder abverkauft. Martin, damit wunderschönen guten Tag hier zum Ende dieser wirklich katastrophalen Woche zu dir. Genau, deine Einschätzung ist gut. Heute Morgen, da waren wir als Reaktion auf das, was der DAX gestern Abend vollzogen hat, noch weiter nach unten gegangen. Also erstmal gut gestartet, dann aber weiter nach unten gegangen von 9,430 auf 9,170. Dann haben wir uns ein bisschen berappelt, das sehen wir so ab 10 Uhr, roundabout. Und dann, genau was du gesagt hast, ging es nur noch stramm nach oben, als nämlich klar wurde, man hat von Seiten der Politik scheinbar das Heft des Handelns wieder an sich gerissen und hatte sein Whatever-it-takes-Moment, zumindest Altmaier und Scholz haben das gemacht. Erstmal hat man gesagt, man wird Spekulanten sozusagen sich dagegen wehren und vornehmen. Das hat der ein oder andere Marktteilnehmer so interpretiert, dass man sagte, ja, dann werden die vielleicht auch vielleicht, so wie das das Münchner Landesgericht mal gemacht hat, Short-Selling irgendwie eindämmen oder sich andere Maßnahmen kurzfristig überlegen. Das ist ja in solchen Krisenzeiten durchaus denkbar. Und dann kam, wie gesagt, dieses, wir werden niemanden im Stich lassen und wir stellen einfach fiskalpolitisch alles zur Verfügung. Dann ging es nach oben bis kurz unter die 10.000 Punkte, Marke 9,985. Und seitdem bröckeln wir so ein bisschen. Der DAO vorbörstig, du wirst gleich noch, beziehungsweise aktuell im Handel gut unterwegs, natürlich auch eine technische Gegenreaktion. Ist das ein Dead-Cat-Bounce oder hat das irgendwie eine Nachhaltigkeit? Weil wir sehen natürlich jetzt erst mit zunehmender Dauer, was kommt? Viele Schulen in Deutschland geschlossen. Man macht sich hierzulande auch an der Börse selber über Pandemie-Fälle oder Situationen, was wäre, wenn hier jemand vom Virus befallen wäre, Gedanken und stellt fest, naja, zumindest kommen die Leute jetzt, wo es immer näher gerückt ist und wo diese Woche rum ist, immer näher. Beim DAX keine Verlierer heute, nur Gewinner. Die Verlierer von gestern sind die Gewinner von heute, also Lufthansa vor allen Dingen, aber auch die Deutsche Bank, Wirecard, die haben zusätzlich noch vermeldet, dass sie keine, die Bilanzprüfungen sind sozusagen in ihrem Sinne ausgegangen. Sie müssen dann nichts anpassen. Die Aktie heute Morgen mal 30 Prozent fester. Aktuell sind es noch zumindest so um die 10,5 Prozent. Auch da bröckelt es ab. Die Märkte sind so nervös, hypersensibilisiert die Investoren. Und da muss nur ein noch blöderer Satz von Donald Trump kommen. Der hat heute schon wieder getwittert. Da glaubst du auch so, der ist Präsident von was eigentlich? Aber dann könnte es auch schon wieder nach unten gehen. Also es ist dünnes Eis, auf dem wir stehen, aber die Politik hat zumindest geliefert. Genau, die Politik hat geliefert. Was wir heute natürlich auch sehen, wir haben heute Freitag. Die Anleger waren nach diesen, du hast es angesprochen, katastrophalen Wochenverlusten zwischenzeitlich vielleicht mit Positionen wieder ins Plus gelaufen oder zumindest weniger ins Minus gelaufen, je nachdem, wann sie eingestiegen sind. Es ist natürlich durchaus nachvollziehbar, dass jetzt vor dem Wochenende wieder einfach dieses De-Risking der vergangenen Wochen einsetzt und hier einfach Gewinne vom Tisch genommen werden. Aber jetzt stell dir Folgendes vor, das ist genau richtig, was du sagst. Wir haben ja zwischendrin in dieser Woche auch versucht, zum Beispiel am Mittwoch bei 10,67 den DAX. Jetzt kam eine Meldung, dass die EZB das Minus beziffert im BIP für 2020 mit einem Prozent. Stell dir mal vor, es wäre wirklich nur ein Prozent. Was diese Woche passiert ist, wirkt als hätten wir minus drei oder vier Prozent auf mich. Wow, also nur ein Prozent? Also nur ein Prozent, da lassen wir alle die Champagnerkorken knallen und sagen, was war eigentlich? Du hast völlig recht. Und wir rufen die ganze Zeit von dir. Also wenn mir das einer unterschreibt, ein Prozent, dann sage ich von dir Grundkapital. Ja, gut. Also wir hoffen einfach mal das Beste. Dir schönen Dank für den Überblick. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Und es wird wirklich die kürzeste Sendung, die Sie ansonsten gesehen haben. Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Ich habe mir jetzt ganz einfach mal die Marktmover und die Marktbewegung rausgesucht. Weshalb? Ich brauche Ihnen die Charts nicht mehr zeigen. Am Ende, auf der rechten Seite geht es immer gleich die letzten 14 Tage steil nach unten und heute also die Gegenbewegung. Deutsche Lufthansa verwundert wenig. Unbegrenzte Kreditlinien bedeutet, das Unternehmen dürfte weiter bestehen. Das war ohnehin die Vermutung. Aber jetzt hat man das auch nochmal in Berlin zementiert, indem man sagt, wir werden alles tun, um diese Situation irgendwie zu überstehen. Deutsche Bank natürlich selbstverständlich das Gleiche. Man darf nicht vergessen, es waren wirklich die Unternehmen, die in den vergangenen Wochen so massiv unter die Räder gekommen sind, dass das hier wirklich nur jetzt vielleicht, ich will nicht sagen ein Trostpflaster zum Wochenausgang, aber viel mehr ist es ja letztendlich nicht. Wirecard mehr oder weniger vom selben. Daimler natürlich, die hat es gestern 18 Prozent gebügelt. Also heute 12 Prozent nach oben. Und da unten sieht man die schwächeren Gewinner. Es gibt ja keine Verlierer heute im DAX. Die schwächeren Gewinner sind tendenziell die defensiven Werte. Also wo man sagt, naja, die, jetzt Bonovia vielleicht nicht, aber deutsche Börse, die ist ohnehin gut gelaufen. Die werden wahrscheinlich auch keine Finanzhilfen benötigen, wie auch immer. Und deshalb da jetzt ein bisschen Zurückhaltung. Also da greifen die Anleger momentan vor allen Dingen dort zu, wo sie denken, hohe Verluste ist gleich jetzt in einer Rebound-Bewegung hohe Gewinne. Was haben wir noch dabei? Das Ganze mal auf den Hardax. Dann sehen wir, Commerzbank gestern massiv unter die Räder, jetzt 16 Prozent im Plus. Die Arealbank, bei der man sich ohnehin fragte, klar, Immobilienfinanzierer, was soll das Ganze? Also auch hier wurde heute kräftig mal zugegriffen, genauso wie bei RTL. Und auch hier, naja, deutsche Wohnen und RIP-Software, also das Einzige da unten. Aber ansonsten sieht es eigentlich zum Wochenabschluss ganz versöhnlich aus. Wir haben den Dow Jones jetzt gerade aktuell im Plus mit etwa 800 Punkten. Das ist natürlich nichts, wenn man sich vergegenwärtigt, um wie viel es gestern nach unten gegangen ist. S&P 500 um 100 Punkte. Und jetzt schauen wir mal, ich glaube, ich habe noch die, nein, habe, doch, habe ich noch. Die Mitglieder im Dow Jones, die sich ebenfalls heute Morgen klasse entwickeln. Boeing, also bis zum heutigen Anstieg, hat Boeing den Dow in den vergangenen Tagen rund 1.000 Punkte gekostet. Ich denke, es waren 900 irgendwo in dem Bereich. Ganz klar, die Aktie immer noch hoher Preis und damit hohe Gewichtung und hohe Auswirkungen auf den Dow Jones, Walt Disney, die es zuletzt gebügelt hatte, wo man sich fragte, werden die ihre Themenparks nie wieder eröffnen? Wird Disney Plus doch nicht kommen? Ja, und werden die Filme am Ende eingestellt werden? Aber jetzt sieht man, so schnell kann das Blatt sich drehen. Ja, wenn die Anleger nur der Meinung sind, aha, vielleicht gibt es doch irgendwo noch diesen Silberstreif, den berühmten am Horizont. Man sollte nur dem amerikanischen Präsidenten tatsächlich mal langsam das Smartphone aus der Hand nehmen, damit er nicht Unfug in die Welt setzen kann. Adobe haben wir hier mit dabei mit 11 Prozent, Intel 10 Prozent. Also, das ist jetzt der Nasdaq 100 und da sieht man, oh, tatsächlich hier unten Tripcom, eines der Unternehmen, das ich auf der Watchlist habe, weil ich sage, natürlich wird sich auch wieder der Reisemarkt in China irgendwann erholen und dann ist sicherlich die Aktie mit dabei, nur für die interessiert sich gerade überhaupt niemand. Darf man jetzt auch nicht vergessen, für die interessiert sich einfach niemand. Gilead haben wir mit dabei, NVIDIA natürlich als Chiphersteller. Wir haben versucht, den S&P 500 ebenfalls noch abzubilden. Das hat einen Moment lang funktioniert. Dann war offensichtlich der Datenfluss so groß, dass wir hier selbst über Bloomberg nichts mehr rausgefunden haben. Das haben die dann kurzfristig mal pausiert. Ganz vorne dabei, unter anderem natürlich die Reedereien, Karneval, Norwegian ist mit dabei und Royal Caribbean. Ich glaube, es war Norwegian mit einem Plus von 31 Prozent. Ich müsste mich vertan haben, aber ich glaube, es war tatsächlich der Cruiser, der da oben ganz mit dabei war. Also auch im S&P 500. Es geht eigentlich jetzt für alle Werte stramm nach oben. Die Überlegung, die wir jetzt natürlich haben, unter Umständen wird das alles nicht halten, weil die Anleger wieder sagen, es ist Wochenende. Wir wissen es einfach nicht. Jetzt haben wir hier endlich mal innerhalb dieser Woche ein paar Gewinne rausgezogen. Ich weiß nicht, wie hoch momentan das Handelsvolumen ist, aber ich glaube, man wäre überrascht, dass da doch relativ wenig Geld im Umlauf ist. Das werden wir nachher natürlich auch noch checken und dass man hier tatsächlich einfach dann sagt, okay, ich nehme ein bisschen was mit, damit kann ich zumindest mal meine Verluste, einen Teil meiner Verluste wieder relativieren und dann gehe ich ins Wochenende und dann schaue ich mal, was über das Wochenende passiert. Vorsichtige Anleger werden das selbstverständlich so in dieser Art überlegen und dann werden wir sehen, ob sich überhaupt noch Gewinne am Tagesende darstellen lassen oder ob wir tatsächlich sogar vielleicht wieder ins Minus rutschen werden. Man weiß es momentan einfach nicht, weil die Volatilität so enorm hoch ist, dass einem schwindelig werden kann. Und bevor mir jetzt schwindelig wird, ich habe Ihnen ja versprochen, wir machen das kurz. Ich wünsche Ihnen trotzdem, trotz alledem ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich gut und wir sehen uns dann am Montag wieder. Und vor allem bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.